Hallo liebe Hero-Coaches, Trainer und Berater. Ich bin's, Ihr virtueller Coach, Shelly Stevens-Würsek. Psst, ich habe einen Geheimtipp für Sie heute. Ja, Sie haben richtig gehört, ich habe einen Geheimtipp. Ja, es dreht sich bei diesem Geheimtipp um Komplett Digital. Komplett Digital ist eine neue Webinar-Reihe, die nächste Woche am Dienstag, den 15. Mai, anfängt online. Und zwar sechs Wochen, sechs spannende Themen rund um digitales Marketing und um Online-Markenführung. Die Themen sind folgende, ich muss ein bisschen spicken, ich hoffe, Sie schauen weg derweil, dass ich runterkomme. Digitale Marketingstrategien, Mobile Marketing, SMS-Coupons und Apps, Erfolgsgerannt E-Mail-Marketing, wirtschaftliche Erfolge durch Suchmaschinen und natürlich ein Thema, was Sie ganz sicher interessiert, ist Neukundengewinnung im Internet. Und last but not least, Social Media Marketing, also auch ein ganz beliebtes, heißes Thema zur Zeit, worüber alle sprechen und rätseln, was Sie machen sollen. Die Webinar-Reihe richtet sich an Einzelunternehmer, wie Sie als Coach, Trainer oder Berater, aber auch an Werbetreibenden aus Agenturen, aus Unternehmen, an Geschäftsführer, aber auch an Mitarbeiter von Marketingabteilungen. Also wenn Sie sich angesprochen fühlen, vielleicht schauen Sie vorbei. Und zwar auf dieser Website www.complettdigital.com Oder wenn Sie in Österreich sind und lieber Ihre landesspezifische URL nutzen möchten, www.complettdigital.at Egal welche der beiden Adressen Sie nutzen, Sie kommen auf der Webinar-Reihe Landingpage, wo Sie sich über die Inhalte der Webinar-Reihe genauer informieren können und wo Sie natürlich die Kurzprofile von der jeweiligen Top-Vortragenden einsehen können. Ich arbeite gerade mit diesen Vortragenden in 1 zu 1 Webinar-Coachings und ich kann Ihnen sagen, Sie geben Ihr Bestes, Sie tun alles, damit Sie nützen und eine ganz wertvolle Erfahrung haben und viel mitnehmen aus diesen jeweils 19 Minuten mal sechs von dieser komplett digital Webinar-Reihe. Und falls Sie eines der Daten nicht schaffen sollten zwischen dem 15. Mai und dem 19.6., das ist nämlich die Zeitspanne der Webinar-Reihe, dann keine Sorge, alle Webinare werden aufgezeichnet und können als Videoaufzeichnung jede Zeit wieder abgerufen werden. So können Sie die Learnings nochmal durchgehen, Dinge vielleicht nochmal entdecken, die Sie das erste Mal verpasst haben. Also eine rundum schöne Sache. Ich werde auf jeden Fall jeden Dienstag dabei sein zwischen dem 15. Mai und dem 19. Juni als Gast, als Teilnehmerin. Ich hoffe, wir sehen uns dort und ich hoffe, dass Sie sich über den Tipp des Tages freuen. Komplettdigital.com Tschüss!